Hei-ho, 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 wir sind verrekt und froh. Hei-ho, 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 wir sind verrekt und froh. Hei-ho, 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 wir sind verrekt und froh. Heiho, 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 heiho! So, heute ist das 6. April. Sie hat um 9 Uhr ein bisschen Fruchttasen verloren und kann jetzt jederzeit losgehen. Ich denke, dass wir gerade Küche hier bereit hatten. Die waren aber ganz gut. Ja, die waren gut. Jetzt fangen die Wehe so langsam an, stärker zu werden. Sie hat wieder ein bisschen Fruchtwasser verloren. Dann gehe ich jetzt schon mal in die Küche und die Hände desinfizieren. Dann gucken wir mal weiter. So, die Erstgeborene um 11.59 Uhr ist das hübsche Mädchen, der auf die Welt kam. Ganz unverhofft beim Papi ziehen die Beine auf einmal. Und da ist Mami. Und da vorne ist Weiss, um Schneuschen, um Schweiss. Fussisches Köppchen, recht spatz. Und da vorne sehen wir noch einen Platten nach dem Kopf. Spatz. 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 Ja. Gut. Jetzt hat sie gestört. Sie hat sie gerade gestört, aber sie sucht gerade wieder. Super. Such, Mädchen, such. Spatz. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, dann lass. Da ist die Nummer 2, ein Bub, er ist um 12.56 Uhr auf die Welt gekommen. Ja, ich glaube, er hat eine, so wie es aussieht, ja. Hörst du, durch die Erde blesse ist es? Und jetzt weißt du, wo er zieht? Ja, jetzt. Jetzt hat er sie wieder. Jawohl. Ja. Ja. Kannst du es dir noch anheben, dass ich auch was von dir habe? Ja. Ein weises Böbel mit einer groben Platte und am Sonnenstil schön weiß. Gutes Morgen. Gutes Morgen. Gutes Morgen. Ja, ist schön am Nuckel. Ja. Da ist eine hübsche Mami. Und da hinten auch ein hübsches Mami. Gutes Morgen. Ja. 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 Die feine Milch. Ja, das hat es gerade gut vorwärts gebracht. Danke. Alles gut. Danke. 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 So, jetzt kommen wir aber schnell, wir müssen noch ein bisschen hier machen. Das sind die ersten fünf. Nummer sechs. Das ist ... Mit einem achten auf der Seite. Mit einem fünften Schwänzchen. Ja, und auf der Seite. Weiss. Fie, ganz feine Plätze. Aber das Herzchen spüre ich schön Böbberle. Ja. Ja. Das ist quasi sogar sechs. Das. Der andere ist da. Das ist nochmal sechs. Nummer sechs. Sie. Der Hauptschwammi. Das ist Nummer sieben. Auch das Böbli. Überraschung. Schatz, wenn du so schnell machst, kann ich ... Ja, ich muss ihn noch drüllen. Dass das ... Fudi siehst. Ja. Weiter drüllen. Und hier ist die andere Seite. Schneewitschen. Und das Gesicht. Und die Mami, ja. Die Mami muss jetzt so durch. Warte mal kurz. Okay. Ja, ich muss mich jetzt zu laufen. Glockenze, das hat eine ... Hä? Ja. Ich muss mich rein. Wenn ich das weiße, was ich mich nicht verstehe. Ja, ich muss mich nicht zu. Lauf. Soll ich das nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hei-ho, hei-ho, wir sind schreckend und hohn. Hei-ho, hei-ho.